Das ist verbrannt. Das ist nicht verbrannt, das ist der Harz. Und der wird dann so schwach? Das ist die Rinde. Ja, das ist der Rind. Wie soll man das? Rinder. Und das ist der Harz, ja. Und das wird... Dieses hier, der kommt schon aus Afrika. Und dieses hier, das wird angesammelt. Und zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat mit der Hautkrankung, und das wird dann auf die Haut, das wird viel benutzen als Mediziner. Das ist eine...